Und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von dem wunderschönen Neo Super Mario Bros. Es geht gleich weiter mit 4x4. Was ist? 4x4. 8. Was ist? Was ist? Was ist? 2x8. Ne, wie ist das genau? Ja. Okay. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt einfach sein. Und ja, das ist jetzt auch so. Das war sehr unnötig. Unnötig. Und ja, ich habe im letzten Part schon confirmed, das ist ein Wasserlevel. Und ich habe Angst. Und ich wurde schon getroffen. Und ich... Komm einfach wieder eine Feuerblume. Hüse, komm her. Komm runter. Du komm runter. Ne, okay. Du genauso. Was willst du? Komm einfach. Lol. Okay, sie alle. Sehr gut. Du verpissst dich auch. Was willst du? Okay, das schaffe ich nicht mehr. Nice. Kann ich hier oben rein? Kann ich hier unten rein? Kann ich... Ich glaube, hier kann ich aber rein. Ne, hier kann ich auch nicht rein. Was? Kann ich dann sonst rein? Ja. Ach du Scheiße. Was ist das hier für ein Level? Das ist ein Level, wo ich einfach nur durchschwimme und nichts finde. Aber halt mal mega nicht. Aber hier ist jetzt was. Wenn ich jetzt nicht rein kann. Ja, ich... Ihr wusstet, dass ich rein kann. Das wäre ein bisschen Betrug gewesen. Oh lord. Willst du dich killen? Ja, danke lord. Was geht denn hier ab? Geht ja auch... Wieder weg? Komm her. Nicht damit dir... Was denn hier? Was geht hier ab? Ne, das brauche ich nicht. Aber... Was? Oh, 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 oh. Holy shit. Was für eine Stemmens war das denn jetzt eigentlich? Oh, ich... Ach so, hier war ja gar keiner. Ich bin dumm. Okay. 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 Hier oben kann ich wieder rein. Sehr gut. Hier ist jetzt aber was. Ja, hier ist jetzt eine Stemmens. Sehr gut. Wie soll ich da hochkommen? What the fuck? Wie ist das hier drin so? Hä? Okay, okay. Ah, okay. Loll, es sind einfach zwei drin. Läuft auf jeden Fall. Kann ich hier auch irgendwie über das Wasser laufen? Wie läuft das denn hier genau mit dem Ding hier? Komm schon. Hol dir das Ding, Alter. Wie bekomme ich dich denn? Alter, ich verstehe es nicht. Ist mir auch sowas von egal jetzt. Oh, Gott. Ich schwöre, ich hätte dich einfach abschießen. Ich hätte einfach die Dings abschießen müssen. Den Fisch, aber das wäre halt schon zu spät. Verpisst euch einfach. Verpisst euch einfach. Verpisst euch einfach. Ah, Halle. Bisst euch einfach alle. Weg da. Holy shit. Das sieht absolut nicht gut aus. Obwohl, doch. Oh. Geht's aber noch weiter. Ich schwöre, hier ist noch was. Es ist mir sowas von egal. Da hinten wäre irgendwas noch gewesen. Ganz sicher sogar. Aber, ne. Ne. Ne, danke. Oh, keine Sterne jetzt mal wieder. Aber, das, die, die, die sterben, wenn ich die Sterne jetzt auch holen muss. Das ist, das wäre in dem Blitzblatt, das wäre so hart. Ob, wenn das Ganze halt fast blind ist für mich. Es ist halt fast blind. Wann habe ich das Spiel das letzte Mal durchgespielt? Boah, weiß, was ich wie viele Jahre. Ich kann mich an nichts erinnern. Und jetzt kommt ein Geisterhaus. Ich liebe es. Komm her. Komm her. Äh, sorry. Ich schwöre, hier unten ist irgendwann mal was versteckt. Zum Beispiel hier unten vielleicht. Irgendwo ist eine Tür. Das weiß ich noch, glaube ich. Okay, du gehst hoch. Oben ist aber nichts. Du gehst wieder runter, oder? Ja. Du gehst auch hoch. Du machst gar nichts, lol. Hier ist jetzt eine Tür. Nein? Okay, dann geh wieder hoch. Geh. Hoch. Verpisst du dich. Verpisst du dich. Verpisst du euch. Verpisst du euch beide. Gehst du auch runter. Okay, dann ist hier eine Tür. Jetzt sag mir doch, weil das hier irgendwo eine Tür ist. Ich wusste doch, dass hier eine Tür ist irgendwo. Ich hoffe, dass der Sitz gleich der richtige Weg ist. Okay, ich bin mal weit da. Und ich bekomme... Kann ich da gegen irgendwas anrichten gegen euch? Nein. Ich wusste so gerade hart. Holy shit. Und ich... Bitte. Oh je. Oh Gott. Du gehst wieder runter. Muss ich anschauen. Ich auch. Euch beide. Bis durch einfach. Hoch. 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 Okay, jetzt. Hoch. Ich hole euch einfach alle hierher. Na hierher, meine Freunde. Ja, dann auch noch so mega... Hoch. Hurenzöhne, Alter. Ohne Mist. Die gehen halt nicht niedriger. Die gehen höher, damit ich nicht rüber springen kann. Fickt euch alle. So, jetzt kommt jetzt der Cancer Shit. Und ich werde fast getroffen. Was zur Hölle? Wieder... Oder ich... Äh, ich fliege fast runter, so. Und da unten, das bringt mir absolut... LOL. Das ist schon die dritte Sterbmünze. Holy Shit, Alter. Einfach durch. Nein. Hinten ist doch irgendwas versteckt. Ne, nur ein Warner. Das ist nichts. Können wir hier rein. Einfach in die letzte Tür. Sagen wir nicht, dass es zu Ende ist. Es ist einfach zu Ende. LOL. Es ist ein fucking Secret Exit. Dein Ernst? Okay, wer ist jetzt am klügeren? Ich springe einfach rüber und werde trotzdem getroffen. Ich schlag mit meiner Fernbedienung nirgends hin. Ich schlag mit meiner Hand irgendwo hin. Aber irgendwie muss man die Wut auslassen. Wenn ich mit der Fernbedienung wieder hinschlage, passiert es wie im letzten Part damit wieder. Sich denn dann checkt. Die ganze Zeit irgendwie rumdaddelt. Keine Ahnung. Ja. Wow. Nice. Und jetzt komme ich zum anderen Level. Ihr wollt mich doch alle ficken, oder? Ich versuche jetzt irgendwie zum anderen Level zu kommen. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, ich habe es gefunden. Ich will ja nichts sagen, aber... Lol, warte. Geh weiter hoch. Geh weiter hoch. Nein, jetzt hör auf. Ich mache zwar nichts, aber das springen macht trotzdem irgendwann Dreck. Durch. Holy shit. Ja, es war einfach ganz hinten so eine Dreckstür. Bitte sag, dass ich... Okay, es geht weiter. Nein. Was ist denn hier hinten? Hör bitte auf. Lass hat aufgehört. Läuft. Komm mal her. Du komm her. Dreckiger Spasti. Ich gönne mir deine Eier. Gott, verpisst euch. Alle. Ich weiß, dass hier hinten noch was ist hier. Spasten. Als ob ich das nicht checke. Okay, hier ist eine Sternmünze. Wie geht es weiter? Wenn das jetzt wieder ein Secret Exit ist, ich würde mich so schad schlagen, Alter. Vorbei? Ja. Und es ist... Okay, es ist ein normaler Weg. Komm her. Dreckiger Spast. Warte. Danke. 15 Minuten auf dem Glück genug rausgeschnitten schon. Puh. Holy. Zwei Level noch. Drei eigentlich, aber ich will euch nicht spoilern. Ja. Läuft. Ja, jetzt kommt irgendein Strand Level. Weiß ich, was das ist für ein Level? Ich glaube nicht. Oh, lol. What? So, gibst du mir Münzen. Holy shit. Komm her. Geh weg da. Nämlich. Oh, das ist das Level mit Yoshi. Oh. Nein. Yoshi. Ich brauche dich doch. Holy shit. Okay. Yoshi, bleib hier. Ich brauche Yoshi eher als... dieses Dreckigen. Obwohl, ich brauche auch eine Feuerblume. Ja, sehr gut. Sehr gut. Yoshi. Kleiner Spast. Zwei. Drei. Vier. Ja, vier, fünf. Geil. Und wir bekommen eins. Nein. Was? Wieso? Lol, wieso bekommen wir gerade jetzt, ne? Oh. Jetzt kommen wir dich. Jetzt erst mal dich wieder. Ich liebe dich. Doch, Yoshi, bleib doch hier. Wir haben eine Sterbmünze. Läuft. Nein. Jetzt mal einfrieren. Und jetzt dich. holen. Nein. Yoshi. 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 Please. Komm her. Alter, so viele. Fucking. Alles zu Cancer hier. Nein. Bleibst du jetzt endlich mal hier. Okay, nur noch eine, dann haben wir noch mal. Was haben wir denn bekommen vor Ende Eisblume? Ja, juckt eigentlich keinen, aber egal. Nein, nein, nein. Yoshi. Auch so kümmern dich. Ah, ja, okay. Okay, ich habe mir jetzt eher ein Hindernis geschaffen, als dass ich mir irgendwie geholfen habe. Ich glaube, es ist schon vorbei. Lol. Wir haben eine Sterbmünze. Sehr gut. Das Level einfach. Das Level ist einfach nur durchlaufen und darauf hoffen, damit irgendwo eine Sterbmünze ist. Holy shit. Kommt wahrscheinlich. Ich hoffe, das Boss Level ist nicht so schwer, weil ja. Ich will euch nicht spoilern. Ich will euch absolut nicht spoilern. Ich weiß nicht, damit ich da jetzt reingehe. Reingeht's. Auf geht's. Oh, lol. Das ist so ein Mist. Oh, lol. Okay, ich habe da... Jetzt habe ich Angst. Wie schlage ich denn hier zu? Holy shit. Ja, sehr gut. Verpisst euch doch einfach alle. Ich hasse die Gegner. Okay, hier. Warte mal. Ach so. Ach so, jetzt check... Check ich das. Wieso läuft der runter? Sei ich komplett suizidgefährdet? Ich hasse es. So krass. Dieser Dreckigen Gitter, der hält sich manchmal einfach nicht fest und springt durch. Ich will einfach nur sterben. Er hält sich wieder nicht fest. Ich... Irgendetwas wird heute noch fliegen. Es wird irgendwas fliegen. Und nein, nicht ich. Ich kann nicht fliegen, tut mir leid. Und ich sage gerade noch, hoffentlich wird es nicht zu schwer. Jetzt hält es sich wieder fest. Du bist so eine Mistgeburt. Ich sage jetzt nicht Mistgeburt, sondern Mist. Mist. Geburt. Das ist doch nicht... Und jetzt Schlag. Ja. Es ist doch... Es ist nicht euer Ernst. Ja, wir müssen da nach hinten. Jetzt hältst du dich wieder fest. Halt dich einfach fest. Gönn dir, Bruder. 1K. Hältst du dich bitte... Okay, ich kann mich jetzt einfach alle killen. Außer dich. Du Arsch. Natürlich treffe ich dich auch... Nee, darunter gehe ich nicht. Da könnt ihr mich dezent am Arsch lecken, Alter. Und hier muss ich mich safe wieder umdrehen. Ja, ich glaube... Nee, musste ich das? Weiß ich nicht. Hinten sich... Bitte, Halbzeitflagge. Bitte. Oh Gott. Oha. Okay, genug Zeit. Komm mir. Nein! Oh shit. Ich glaube, hier ist Halbzeit. Hier ist fucking Halbzeit. Lol. Lauf runter. Versteck dich. Lauf hier hoch. Versteck dich. Jetzt darfst du gleich... Ich laufe jetzt hier einfach gleich durch und versteck mich. Du Spaß. Lauf. Okay, das ist sehr gut. Obwohl, hier unten kann ich rein. Er ist mega unnötig. Ich würde die Dings, diese... Storypinsel. So wie ich sie in meinen NSMB. Der ist Let's Play bezeichnet. Hab so gerne killen. Okay, du bist vorbei. Ich könnte das sogar schaffen, damit ich euch bekomme. Bekomme ich sogar... Was? Ich bekomme nur ein Leben. Fick mein Leben. Wenn. Als ob. Unnötig. Unten bleiben. Nicht unter... Du solltest da eigentlich nur unten bleiben. Weil gleich kommst du wieder rausgeschossen. Das Auto war extrem lange. Für was? Ein Powerblock? Gar nichts. Ich kann hier irgendwie hoch... LOL! Okay. Okay. Aber ich... Was war jetzt die erste Sterben? Ne, wann... Warte, wann hab ich denn die erste geholt? Nein! Ne, oder? Das war das hier auch. Ach du. Scheiße! Gib mir ein Scheiß-Item. Ist hier irgendwas? Ja, guck mal, war nicht viel. Oh Gott! Richtiger Bullshit. Das war erstmal... Was? 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 Ich bin zwar wieder hier. Jetzt darf ich gleich mal... Schauen, wie ich das... Hinbekomme, Alter. Heilige. Warte, mir kann ich's... Ich kann das so machen. Das schicht zwar voll durch meinen Kopf, aber... Juckt... Keinen. Wie schwer kommt jetzt ein Item raus und die springen gleich runter? Ne, gar nicht. Ich komm da rüber. Und jetzt komm ich hier vorbei. Und jetzt darf ich hier durch, weil hier hinten was ist. Ich wusste es. Das ist jetzt auch mal eine Sternmünze, oder? Und ich hab 99 fucking Münzen. Verpisst euch! Verpisst euch! Verpisst euch! Verpisst euch! Vielleicht schaff ich's doch... Ja, ich schaff's einfach ohne, dass ich da rauskomme. Easy. LOL. Die kann ich wieder bekommen. Dreck. Äh, ich bekomme... Ich... Ich hätte das... Ich schwöre, ich hätte die Items da unten bekommen. Ist mir aber egal. Ich schaff's so auch, wenn ich hier jetzt sterbe. Oh, LOL. Ich will nicht sicher alles nochmal machen. Nein, und das mache ich gerade absichtlich. Ich schwöre, kommen jetzt einfach Fische oder so unten, die ganze Zeit hochspringen. Oder? Fische. Fische. Fische ist frische Fische. Ja, ja. Ich kann das nicht. Oder Komplettwasser. Es ist Komplettwasser. Oh, dreckige... Was? Ich kann dich so gar nicht treffen. LOL. Was soll ich das denn wissen? So, Jungs, ich hab... Oder Mädchen. Auch, natürlich. Ich bin ja kein Sexist hier. Ich hab gerade gemerkt, da gibt's gar kein Item irgendwo. Ich war gerade da unten bei der Stärmens und da war auch nichts. Also, ich hab nichts gefunden. Holy shit, verpiss dich. Bitte, Wasser, geh weg. Und ich wurde erst das erste Mal getroffen. Und du aber auch. Bis durch. Wie wärst du damit denn? Du. Was? Hä? LOL. 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 Wieso hat mich das jetzt getroffen? Wieso ist das so behindert? Dieses Dreckschloss ist mal ultra schwer, meiner Meinung nach. Ob die, 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 die Endpost... Oder bin ich einfach nur gerade dumm? Ich will nicht mehr. So. Und jetzt leck ich mal die Cent am Arsch. Ich geh jetzt einfach... Wo geh ich denn hin, damit ich hier nichts trifft? Ich weiß es nicht. Ich weiß, damit ich hier getroffen werde. Shit. Okay, erstes Mal getroffen. Du Fotze. Verpiss dich. Bitte gleich nochmal. Sehr gut. Okay, nur noch einmal. Und das ist jetzt auch mal mit Wasser. Das schaffe ich. Ich bin überzeugt von mir, dass ich das schaffe. Schieß. Du. LOL ist das Ding langsam. Und du bist mega schnell. Stirb. Was? So. Ich versuche das jetzt noch einmal, dann werde ich den Part. Das ist jetzt mein Ernst. Du. Dreckige Fotze. Ich wurde erst mal einmal getroffen. Das ist sehr gut. Nice. Ich komme jetzt eh wieder raus. Oh, lol. Komm her. Setzt nur noch einmal das Wasser überstehen. Bitte. Überstehst. Ja, es ist jetzt beides auf der... Oh. Was? Ich habe es geschafft. Ja, 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 ja. Oh. Oh. 40 Minuten. Scheiß Part. Oh. Danke. Danke. Dreckiger Spaß. Du wirst jetzt weiter fliegen. Ja. Ja. Ich zeig dir. Ich sag dir gleich, welchen Finger ich dir zeige. Du Huren. Ich will nicht wissen, wie lange der Part an sich ist. Ich glaube nicht so lange. Ich schätze, weil höchst 25 Minuten. weil ich hab halt jetzt hier ultra lang aber holy shit war das eine beschissene aufnahme oder das schloss ja super der typ ist jetzt hier das machen nicht mehr speichern im nächsten part geht es hier weiter wir haben dann im nächsten partner erwartet welche welt dann steht uns dann bevor gott die welt hier ist nur noch vier wir haben die hälfte des spiels nach part 8 läuft definitiv ja dass wir werden zirka werden 20 parts brauchen zirka ich sag's euch jetzt schon weil 5 ist auch nicht so unbedingt schwer ich glaube 6 wird ein bisschen schwieriger 7 ja keine ahnung und 8 wird dann halt schwer ja aber das war's jetzt bitte fahrt lasst gerne leichter und bitte viele likes für das dass ich jetzt gerade 40 minuten gelitten habe danke bis morgen so 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 so